Also ich glaub sie mag mich nicht, ey ich werd's jetzt nicht mehr anschreiben Digga, weil das ist so weird, ich weiß, Digga, das hat sie so abgefuckt Okay, ich schreib's dir jetzt, ist doch klar Was? Ist doch klar, dass du sie nicht mehr anschreibst, oder? Fucking hell, Digga Nie wieder, ne? Das weiß ich auch Was? Ich werd die höchste... Was? Ich bekomme auch so einen in Luxemburg, Alter Was? Ganz jeder bekomme auch so einen in Luxemburg Oh mein Gott, das Sting gemischt hat man das Ja, das Kist ist scheiße bei Gott sogar Es ist schlecht, das ist ja hoffentlich nicht klar Aber egal, Kippe du bist, ist mir nicht egal eigentlich Du bist scheiße Ich hab lags die ganze Zeit, for real Ich hab kein Ausgeld, aber trotzdem Digga, mach du Grappler Digga, mach du Grappler Du bist kein Schlappler Man ist schlecht Nein, schlecht Ich lese alle, dann werde ich mit verarschen flach Nein, das hätte ein Klapp werden können das wäre immer ein Klapp, wenn du nur einen normalen Erd gemacht hast Ich hab's nicht geschossen, ich hab mein Adam sogar verkackt Oh mein Gott, du bist ja schon da Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab dir den Ich kann nicht mehr spawnen, weil ich nicht mehr von mir Warte kurz, ich will meinen Clip angucken, den ich heute mit Leon gemacht hab Ich will gucken, ob ich in ein Video reinmachen kann Warte Ja man, ich glaub ich kann den Safe reinmachen Oder? Zeig mir Zeig mir Zeig mir Zeig mir Zeig mir den Clip ok easy ja man den kann nicht easy reinmachen digga bist du scheiße digga ich schno scope ach du scheiße nein oh mein gott oh mein gott digga bist du scheiße doch bist du ich hab 30 hp ja und du 200 ja und ich hab dir 30 hp abgezogen was laus hä ich hab dir bis zu 30 hp das war nicht krass wenn du von vornherein 30 hp digga du hast immer noch 200 hp du lass mal hey es ist genauso wie wenn du von vornherein 30 hp du glaubst halt die fresse deine logik so dumm du bist los was digga du checkst nicht egal ob sie 30 hp von dem oder von dem anderen du hast trotzdem 200 hp du hast trotzdem 200 hp ich hab's krass ich hab's krass es ist aber nicht zu laufen er klippt sowas der klippt sowas der klippt sowas mein gott deswegen stehst du da rum ja du kannst film gucken guck stimm los geh mal stimm rein bei bei dem es ist im ja wir Nein, gehobst du nicht. Hast du dir ein... Hä? Na, ist gut. Oh mein Gott. Alter, ich hab's gar nicht. Hast du mehr ablässig? Warum hast du einen? Nein. Ja, ich hab zwei. Du triffst keinen Schuss, das ist eine Kacke. Du hast auch keinen Schuss getroffen. Ja, aber ich hab auch nur einen Schuss gemacht, du Lappen mit der Pump. Du machst 12. 12. Ich bin nicht getroffen. Zwei Schuss und ich bin da. Du bist, ich sag. Du bist, ich sag. Du bist, du bist, ich sag. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich klippe Ich klippe Ich klippe Warte kurz, chipp doch schnell Digga, dein Ernst? Ob du sowas geliebt hast Ah, mein Spaß Tim Ich hab dich nicht geklärt, Digga Ja Ich klippe Alter, ich hab so Legs Ich erinnere dich Oh mein Gott, Junge, du wurdest so geshittet Was laberst du? Was laberst du? Als wenn du das jetzt knifst Was laber ich? Und du wurdest sogar mit er gesniped, Junge Und jetzt? Und das kriegst du, Digga Oh mein Gott Hey, bist du los? Oh mein Gott, bist du los, Digga For real Wenn ich sowas klippen würde, hätte ich es geklippt Auch egal, ob du mich kreden hättest oder nicht Nein, ich wollte so'n Turmer machen in der Luft Oh, ich bin ich le Bölülen pi représent. das muss ich aber kippen bei der verneißen aber das normale clips sind du lappen die gabst du los alter ein clip ist ein clip weil du jemanden dann verlangen drei minuten langen erneutung ist egal das sind besondere clips junge wenn das noch dabei das was du gemacht haben ganz normale ich hätte so geschüttet warte 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 der rufen die Tschüss! Der Gap ist los, hör doch bitte einfach auf! Mein Gap bist du scheiße, Alter! Du dadaa. Du dadaa. Du dadaa. Kommt in den Drumgun. Kommt in den Drumgun. Digga, dann kommst du mit deinem hat direkt in das Maul. Digga, die Drumgun ist dann so doppelt wie sie sind. Ich hab keine Muni mehr Digga, ich wollt nur die Dings holen Ja Hast ja geholt Tja, dann geh da nicht hin während wir fighten Ganz einfach Passiert sowas vielleicht auch nicht Da-da-da Da-da-da Hallo Ja, hallo Das ist zu viel Ich mach Ich lass direkt rein Dingsen Da-da-da 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 Der hat mich grad richtig abgefuckt Okay Lass einfach du Was ist das? Das ist Noah Ja Ich hab grad keinen Bock auf den Der guckt jetzt auch wahrscheinlich stream Aber Digga, ich hab jetzt einfach keine Lust auf dem Weil der Digga, der f*** mich einfach grad ab Äh Kommst du? Achso, ich hab gar nicht ready Ja Warte schon mal kurz zu treffen Ja 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 Das Vielen Dank. Hey, von wem höre ich den Tastatursound? Ah, von deinem Stream. Hey, du kennst doch diese Lotta, die wir immer sehen. Du kleine Vagina. Was denn? Er ist geraget, weil ich den T-Mann geklippt habe. Diese Lotta, die wir immer am Bahnhof sehen, die habe ich halt heute so gesehen. Und dann hat die irgendwie ihren Bus verpasst und dann musste ich auf Krampf, ist die uns die ganze Zeit hinterher gelaufen und musste ich auf Krampf die ganze Zeit mit der reden, wo ich gar keinen... Mit Lothar, wer ist Lothar? Äh, welche Ratte? Lothar. Nein, nein. Hä, wie heißt sie? Äh. Alistar. Ach, Alistar. Alistar sieht aus wie eine Ratte. Äh, Alistar ist aber... Ich habe mir jetzt eine richtige Scheiß-Frisur bekommen. Medusa hat anders verkackt. Echt? Bei ihm? Ja, mein Friseur. Bei mir anders verkackt. Wir haben anders... Wir haben gar keinen richtigen... Äh, wir haben wieder den Übergang komplett verkackt. Und, äh... Oben einfach viel zu kurz gemacht. Ich wollte viel weniger weg, Digga. Habe ich ihm auch gesagt. Er hat trotzdem einfach gemacht. Hat ihn gar nicht gejuckt. Weißt du, wenn er dann einmal so komplett ohne zu überlegen reinschneidet, dann kann man auch nicht mehr sagen... Ähm... Mach weniger, weißt du, weil sonst sieht das noch schlimmer aus. Oh, Digga. Jetzt fackt jetzt anders ab. Ich habe mir sogar in dem Moment wirklich überlegt, neu auf die Dirt zu gehen. Aber bei Alistar ist der Übergang anders krass geworden. Der war noch nie so gut. Hatte der einen anderen Friseur? Nein, ja, der hatte einen anderen. Der hatte diesen mit Locken. Oh, ja, ja, ich weiß. Der ist gut. Den hattest du beim ersten Mal. Den will ich jetzt nächstes Mal haben. Wenn ich den seinen Namen wüsste, könnte ich theoretisch einfach sagen, ich will zu dem. Oh, ich komme zu dir nicht. Ja. Aber, Digga, ich musste mit dieser Lotta dann noch alleine rumlaufen, weil dann jeder sich verpisst hat, weil niemand Bock auf die hatte. Ich wollte mich eigentlich auch verpissen, aber dann musste die zufällig genau in dieselbe Richtung. Ich habe gesagt, ja, ich muss jetzt weg, ich muss schlagen. Oh, scheiße. Was? Hab ihn. Ja, FC Bayern gegen Barcelona. Wie viel steht's? Für Bayern? Digga, was machen? Ich habe prediktet 7-1, als die schon 4-1 waren. Ne, die hatten direkt einen. Echt? Digga, ich bin Bayern-Fan. Junge, aber Bayern gewinnt I.D. dieses Jahr. Was machen die? Digga, gegen Chelsea. Gegen Chelsea, 7-1. Gegen Tottenham, 7-2. Jetzt gegen Barca, 8-2. Oh mein Gott, Digga. Da können sich auch viele Dortmund-Fans einfach verpissen. Jetzt, ich schwöre, ich würde sogar Leipzig gönnen. For real. Ne, die werden nur nichts zu machen. Alter. Wie, gegen wen spielt Leipzig nochmal? Gegen Paris. Ja, die Leipzig. Ja, Paris, okay. Echt? Ja, ja, Bruder. Ich schwöre, ich vertraue denen. Digga, wenn die das gewinnen, Digga. Ich weiß gar nicht, ob Leipzig gut ist oder nicht. Die sind ultra krass geworden, Digga. Weil Timo Werner ist ein Hurensohn. Wenn der, Digga, der ist einfach weg. Und sie gewinnen einfach easy. Leute, push alle fast. Aber Digga, wir konnten das nicht gucken. Weil, es gibt es nur bei Sky. Ich hätte mir das Spiel eigentlich jetzt wirklich gewöhnt. Wir sind ja Katastrophe. Ja, der eine ist White. Da ist noch eine Andersflow. Boah, ich habe so ein paar Mal Bild gemacht in meiner Story, Digga. Noch einer? 10, 2. Echt? Nein. Ey, kannst du dir das Spiel gerade angucken? Hast du Sky? Ja. Boah. Hast du mich auf Netflix? Das kann man aber nicht auf Netflix gucken. Nee, ich meine nur nicht. Das ist nur auf Sky. Ja, aber er hat ja, er hat Sky und Netflix. Digga, aber auf Netflix nützt dir gar nichts. Was ist? Irgendwo ist so, hier hat jemand geschossen. Komm. Wie kann man die denn 10, 2, abziehen? Digga, nein! Mein Popcorn verbringst. Ja, bau dich kurz ein. Ich, äh... Hol dir ein Popcorn schnell. Nein, nein, ich hab mich ausgemacht. Kennst du den Meme nicht? Scheiße. Mein Popcorn verbringst. Ich kenne dieses... Äh... Äh, nee, irgendwas anderes war das, kenne ich. Äh... Weil der Typ so komplett rumfreit. Ja. Scheiße, ich hab noch irgendwas im Backofen. Ja, 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 ja. Irgendwie sowas. Warte, lass, äh, Dings gehen. Jetzt schau ich tief. Jetzt schau ich tief. Also einmal gibt's... Ich hab noch ein Stück Salami im Backofen. Ja. Nee, Digga, das kann ich nicht. Kennst du das? Das macht aber gar keinen Sinn. Wer macht sich ein Stück Salami im Backofen, Digga? Digga. Nimm mal die Bandys, Alter. Ich mach persönlich immer meinen Salami im Backofen. Nee, nee, nee. Ich hab noch was angenommen. Hey, die Leute sind da echt schlecht, glaube ich. Also wir können da clean rauskommen. Oh, darfst du weg, jemand? Ich schneide den jetzt persönlich. Nach, Digga. Ne, Digga, ich geh jetzt rum. Nimm mir die AR, Alter. Nimm mich gar nicht. Ey, diese Lotta hat auch die ganze Zeit davon geredet, dass sie Drogen nimmt und Alkohol und alles hat sich richtig gefühlt hat. Und hat sich richtig gefühlt. Nimm Drogen. Hallo, ich bin... Hallo, ich bin... Ah, also er hat gesagt, sie heißt... Äh, sie sagt, sie heißt... Habak, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Er ist white. Der andere ist da wieder. Der ist white. Der ist white. Dein andere zwei Coons gehen, okay? Ich werde mich jetzt einfach... Geh in einen Metallcone. Ja, ich guck erst mal. Ich probier einmal zu finden. Ne, äh, ich probier den einmal kurz zu finden. Ich höre nämlich, ich sehe Steps. hier kriegst du das ist okay wenn ich glaube du kriegst die tommy ich bin heute anders korrekt gibt er einfach gar nichts hast du ein netkit ich hab einen flopper was? einen flopper habe ich oh einer auf der seilbahn ich bin weg von dem ich bin weg von dem ich bin weg von dem ja ey sibi also dass Vanessa hat sie das wirklich heute gesagt dass du die ganze Zeit antreibst ja ok warte dann schreib ich dir das ist mir leid der slow ich schieß die von hier oben an digga hab einen digga ich ziehe pascal wirklich nie ich hab den anderen ich habe selber kommen mit ja dann ist egal, dann gib mir keinen 2-1, 3-1, ey, oh mein Gott, nein was, 12-1, äh, 12-2 Joke, das war's Nein, 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 nicht deswegen, wegen Insta, digga Oh mein Gott, du dummer die sind im Heli und das macht jetzt immer wieder das wird immer wieder, wenn ich einfach nur was erklären will ich schieß die ganze Zeit ausgesehen Digga, wo ist der Wind? Mein Schmuck, Digga! Ich werd fast sterben, 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 Digga! Oh mein Gott! Ich hab'n Jump-Head, komm zu mir, komm zu mir! Komm zu mir! Schatz, komm! Hier, ich bleibe, okay? Zeig ich euch den kleinen Dreck! Ah, jetzt! Oh mein Gott! Ich hab'n Bus, ne? Okay, äh... Kannst du hier? Oh mein Gott! Du dummer! Nicht alle, nur zwei! Ja, ja, stopp die dann nach dem Hörte! Ne, drei! Savage, hast du, äh... Ah, Air Munition! Nee! Ah, scheiße! Ah, doch, vier! Ah, Digga, mein... Okay, komm, das weiter! Digga! Wollen wir den Looter holen? Wollen wir den Looter holen? Oh mein Gott! Ich hab'n gesnipet! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Ich hab' ihn! Hier liegt ne Scar! Pascal! Du sollst warten! Nein, Spaß! Ich warte einfach, bis ich ihn kille! Oh, Digga! Muss ich mir eigentlich holen! Ich geh' mir kurz, dass du mit geht's! Digga, du musst eigentlich hoch, ne? Warum, was ist da? Ja, äh, äh, gar nichts! Kannst du den Heli nehmen? Komm gleich! Kannst du ummachen! Ich brauch' den Robbler! Ey! Digga, hier ist der dritte Heli! Ja, ich hab' doch gesagt, ne'n Heli! Es gibt aber noch deine Zeit! Das Auto wollen wir fighten! Ja, was? Wollen wir die fighten! Das sind nur Fake Gegner! Ach so! Geh' die doch! Schieß! Ich kann das richtig schießen gerade! Einer down! Digga, der andere hat mich voll gelasert! Nein! Nein! Von da schießt jemand auf den Heli! Wenn der Heli explodiert bin ich tot! Beet mich an! Komm! Wenn der schießt! Wenn der schießt! Wenn der schießt! Das wird mir passiert! Ich mach' den! Was ist das? Ja, ich mach' den! Nein! Nein! Digga! Das ist der mitige Plan! Okay! Bis zum nächsten Mal. du kannst mich noch du kannst mich hier noch nie weisen du kannst mich da noch sie einfach durch das ist mir so egal ich zieh es jetzt durch doch 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 ich habe nichts ich habe nichts hast du keinen smg wir müssen wir müssen da irgendwo hinkommen und da ist alles ja aber hier ist auch ein gegner wenn ich da gehe ich nicht ja 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 ich habe ein bisschen ich brauche ich brauche Ich hab Pampen, ich hab Pampen, ich brauch A-Air Moon Ich brauch A-Air Moon Mach zu, bitte Da ist A-Air Moon, ist halt small Wir schießen auf Ich hab vier Flopper, ne? Hast du noch einen Jump Pad? Ja, soll ich? Ja, auf jeden Fall Mach auf Digga, einfach jetzt noch Revive, Digga Scheiße Ich hab hier noch einen Flopper So einen Crash Pad Falls ich mal am verkacken bin Digga Kannst du dir ein Mad Kit geben? Ich hab nicht mehr eins Ich hab grad eins gegönnt und bin jetzt schon wieder low Warte, ich hab Flopper, ne? Weil ich direkt wieder weggeballert wurde Nimm, 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 nimm schnell Ich hab 10 Oh mein Gott, ich bin viel zu weit Hast du Blut, Al? Ich hab 10 Oh mein Gott, ich bin viel zu weit Ja Ja Nice Wir können hier einfach chillen Hast du Mads für mich? Was? Hast du Mads? Anders Also, wie viel Mads hast du uns gemacht? 123 und 300 Was? Lass mich selber fallen Was damit traut, Susan? Ab dem Nice Nice hast du die beiden was sind das für dreckstilze alles ganz kann es nicht überlebt das der letzte muss so sein oder es ist der letzte ich habe jetzt anders ich habe mini für dich ist das schreibt dass er wieder gewollt war snapchat benachrichtigung hey chce wie schixsie oder die sitz這種 du auch du auch geh mal raus warum wir machen trios kommt doch aus digga bevor ich mal was zu trinken trotzdem machst du mal mit der repetier sniper headshot und ungewollt ich habe gesagt ich sag so was gibt es mir wenn ich jetzt direkt trickshot mach auf einmal ich treff einfach ich brauche mich abmieben ok nice ich bin schnitz ich bin schnitz keine ahnung es steht 13 2 13 zu 2 das ist die vernichtung die armen die werden aufgenommen das geht in die geschichte also ich wäre echt mensch der city digga also ich würde das war schon eins der heftigsten lachen also was sag noch mal damals wm halbfinale wäre es ist auch heftig weil es ein halbfinale das ist ja weltmeisterschaft jahres das ist heftig ja okay das ist eigentlich wasser noch so ja vielleicht noch knapp ja es ist aber ein link zu elf meter schießen mäßig man denkt es wäre vielleicht schon heftig wenn bayern ziehen würde wie kann man in 13 2 wie kann man so scheiße sein die werden so zusammengeschlagen geist was keine ahnung hoffe ich es ist manchmal einfach random irgendwann rufen mich meine ich habe anders verpackt okay ich hab so verkackt eine millisekunde ist verdauen ich hab's in der champions league schon mal irgendjemanden der so hart die gegner abgezogen hat aber davor da gab es noch nicht gegen wen war das in der champions league gegen wen das gefühlt trier gegen bayern 21 0 jaja die waren so schlecht ja nur es gibt eine meme page trier konz saarburg ja 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 ich hab auch konzsa memes abonniert trier memes hab ich auch abonniert ich hoffe ich bin kein meme digger ich glaube hey digger scheiße wird es einmal sogar ich habe dich in den mien gesehen ja es war kreis konstria saarburg wer folgte alles janik ich wollte ihm auch ich kenne den sogar das ist manuel echt peinlich der war sogar im stream von patrick gestern gemacht nein 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 ich habe keinen bock wieder minus machen das sollte gehen das sollte dann gehen aber wenn wir jetzt verkacken dann kam irgendwie treffen oder so oder das war gleich gut landen auch wenn es wenig blut ist ich habe das erinnere sebe ich habe heute einfach in normal public einen neuen kiel in den neuen winstry einfach nur als schwingenden blut drauf gelandet bin der stupor ist so p irgendwie weil er wenn du bist oder trio landet da fast niemand weil er so klein ist ich bin schon geläftet ich wusste dass du stirbst ich bin schon geläftet ich wusste dass du stirbst ich bin schon geläftet ich bin schon geläftet jetzt passend äh bei mir steht 2 zu 8 naja top 2 zu 8 hallo hat jemand von euch im schluchten es steht gar nicht 12 zu 2 aber das ist auch schon krass generell sogar 4 zu 2 wäre auch krass ja 8 2 1 eigentlich ja nicht doch 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 den spielen wirklich die schlechteste ja warum schenkst du den 1200 aber warum hast du nicht gesagt ich denke in guten skin ich wollte ich den einfach sofort das verfahren haben so weißt du hatten nur ja empfiehle ich und hatte fast ganz alt ja weil der entweder bis der komplette bot mit dem skimmel ist der krass mit dem weißt du hast du ist ja fisch war ja fisch ist eigentlich ohne witz ins wetter skin ich glaube war nur trifft sich sogar mit mir alleine nein ich schreibe gerade mit der die so ha aha okay ach so ok ja ich hab die ganze zeit nicht mit dir gereden und so haha vielleicht nächstes mal ja warum hätte los ja jetzt machen wir dann das muss ich dann das muss ich dann an der stelle löschen was ich gerade geschrieben hab weil das war hardcore scheiße nur mach mir keine hoffnung mach ich doch auch nicht chill mal bro doch mach ich doch dann wär ich einfach mit der gut befreundet die ist noch auf den digga man kann eigentlich ultra easy von friendzone irgendwann weg kommen nico war glaube ich bei dieser annika war der auch ultra lange trendzone was ich glaub schon ich weiß ja welcher holt und euch macht hier die ganze zeit war der pitch war der hollammer nur sind ich hab das gut gut ja okay dann nehme ich den loodrop hier ist das gut gut ja ich nehm den loodrop und diese eine chance war der hat der hat der von uns zwei chest natürlich weil ich hab dann da zwei chest oben sind vier chest von oben an der seite sind vier und dann oben an der seite sind zwei unten sind zwei und oben rechts sind zwei ja aber es gibt es gibt ja vielleicht auch drei normale chest zu laufen jetzt zu peck er vielleicht hat den kreik um gut steht vor es gibt drei barbache ist also diese links chest und dann drei blauen chest und aus dem nutzer kommt er noch mal eine krasse pampus er hat mir geschrieben er die alle seid ihr müsst uns muss er war ich sehe es gut gar nicht mehr Ey, wenn die Noten da landen, ne? Ich, bei Gott, ich fick die. Ich ficke diese Hose. Die Hohenzolle landen da. Ey, der Noten soll denken nicht einfach, dass er das da hin schafft. Ich. Der hier. Der Landen landet da und zwar vor uns allen. Jungs, egal, wir contesten die trotzdem. Nee, wir contesten die. Ist mir doch egal. Wir contesten die so hart. Einer landet vor mir. Der landet so 100 Jahre vor uns. Nur einer. Ja, aber nur einer. Egal, wie viele denn? Ich geb dir danach den Loot nur. Oh nein, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Na, ich bin down. Ich bin down. Hol' mich, hol' mich, Pastor, hol' mich. Der hat kein Loot, der hat kein Loot. Bitte. Ja. Bist du dumm, Digga? Ich hab auch kein Loot. Digga, bei mir ist ne Charge Pump lila. Bei mir ist ne Charge Pump lila. Digga. Ja, ich geh da kurz einfach durch den Gegner durch. Ich hätt' nicht, dass wir grad so fett Minus machen. Lass' mal was anderes spielen. Voll geil. Ja, wer hat denn so viele Punkte? Ich. Das warkt irgendwie nicht so richtig. Lass' dann da Teams machen. Ja. Aber man konnte sich das einfach nicht angucken. Was soll das? Jetzt, warte mal. Nicht auffüllen am besten. So, dann noch im ID-30er-Bomb. Mach mich wieder admin nur. Nee, bei mir sind noch schlechtere Spieler. Nein. Doch, natürlich. Ich bin kurz Level 100. Oh, wer ist das? Jungen, wir sind die schlechtesten Spieler. Mach mich admin. Nein, Digga. Ich bin... Ich vertraue mir doch einfach jetzt. Los. Ich lande Cathy. Ich lande U-Boot. Pascal, kommst du mit mir, Catty? Hm? Kannst die Pump haben, okay? Wenn du mit mir kommst. Welche? Ja, die mythische. Okay? Äh, ja, okay. Warum? Ich weiß, ich hab keinen Bock alleine da hinzugehen, Digga. Weil ich werd eh sterben alleine. Ach so. Und der Kling hat sein Loot-Boot. Und dann passt das. Weil ich werd eh aus dem Loot-Drop E-Safe eine epische Pump kriegen oder so. Und ein Nade-Launcher ist halt einfach die Mütter. Savage Love. Fucking free Fortnite. Again Fortnite. Ich betäube meine Sinne. Sinne. Ich bin ein Nade-Launcher. 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 Oh shit, Bro du tust mir so leid du eine kleine Hube. Digga du wirst f*** während ich dich nick 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 f***. Oh Insta Insta Ok wo wollten wir jetzt alle hin? Wir hatten Catty, wir beide. Und wo gehst du hin? Der geht zum Lootboot. Wo ist Catty? Catty! Das ist Catty. Ja. Oh mein Gott, hab ich mir rausgesprungen aussehen. Ah, hab's. Ja, wo ist das? Ey bitte sagst du nicht so weit weg. Ah, ich seh's auch. Ja, ich seh's da. Ich kann's nicht markieren, easy. Ich brauche einfach nur einen guten Job, Pascal. Hast du mir einen scheiß Job haben? Nein, der ist eigentlich scheiße, weil da so viele dann... Guck mal, kostet contest und contestet uns jemand. Was? Contestet uns jemand, sind da welche? Ich seh jetzt keinen. Doch. Einen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich weiß es nicht. Ich hab hier ne Tech. Ich seh die nicht. Sind bei mir. Keinen. Du musst überleben, bitte, weil ich bin noch im Flug. Keiner ist bei mir gelandet. Ah, ich seh sie. Hä, wie gut sind die Bots? Was? Und jetzt werde ich gefinished. Wie geil, die Bots sind besser als die Gegner. Und deswegen landet man nicht Cassie. Bad bitches are the only thing I don't like. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Warte, ich muss dich verkleiden. Und nur ich und du? Ey, nur noch nen Sohn. Ach, Digga, ist so ein Schitter. Wirst du verrecken? Ich versuch's halt ne Kraft, ich lege zu und warte kurz. Es wird halt ultra schwer. Ah, sorry, Bro. Ach, Digga, ah, fuck. Sorry, Pascal. Ah, ich hab grad gar nicht geguckt. Ah, Pascal ist ein Schitter. Oh mein Gott, nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab zwei Jumper. Nein, egal. Ja, Mann. Wir müssen... Wir müssen... Nein! Du kriegst mir Kaffee nicht. Irgendwann Ketti dann... ... ... ... ... Du kannst hier morgen mitbringen und mir geben. Äh, ich... Ich hab da wirklich kein Motor. Wo, guckst du mir zu? Ja, mach ich den Fehler nicht. Zwei Seko. Hast du noch ein Pad? Ja, hab ich. 7 Places. Und hol meine Karte. Warte. Ich bin hier ein Fisch. Was? Ey, die Karten. Ah, nee. Ich halte Small jetzt fast geil. Lefter einfach. Was ist das? Nein. Ich sehe den Pump-Aim. Digga, ich hab übelst gepanigt, Junge. Ich hab's gemerkt, aber dein A-Aim war ganz gut. Alles klar, Digga. Endstar. Sie geht und nimmt's ab. Wenigstens hab sein Maid gefündet, steht da das. Oh, wer ist das? Oh, Lisa. Vanessa. Geile, 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 geile. Wo findest du Lisa geil? Nicht dieses, ich krieg, alter. Junge. Wer kommt mit? Ah, ich... Wo ist das? Ähm... Das ist immer random irgendwo. Ja, hier. Ich hab... Ich hab's einfach markiert. Was? Digga, es gibt das Wutboot nicht auf der Karte. Doch, bei mir. Heils Monge, das ist es nicht, du Cakes. Das ist es nicht. Ja, das ist ungefähr genauso. Okay. Nur ohne Dude-Shirt. Und ohne Babachest. Hab's. Ja, das ist vor uns direkt. Dann, äh... Wir landen hier, also. Wir landen da zu dritt. Ah, alles. Ah, ne, geh. Ach, Digga, ich wollte jetzt Kette gehen. Ja, wau. Ne, ja, ja, Steam. Ja, nix, ohne Geh. Lootboot. Oh, mein Gott, dann leg ich so. Und das ganze Lootboot. Digga, niemand kommt zu mir. Ich schaffe zu dir. Ach, echt? Hälst dich klar, dass niemand zu mir kommt. Oh, und ich muss es da. Oh, Digga, so ein Scheiß. Oh Gott. Der hat eine Pump gekriegt. Nein, Sky. Nein, Sky. Siehs. Da komm ich gleich eh wieder. Kannst du mir ja mitbringen. Nein, niemand hat mein Boot genommen. Hä? Und jetzt? Ah, ja, so. Es juckt mich nicht. Nein, niemand hat mein Boot genommen. Nein, Adolf Hitler, Junge. Los. Ey, Digga, diese Musik, was ist das? Hallo? Deutschland. Hier ist keine. Digga, er will mich mit diesen Rocken... Digga, was denkst du? Digga, der Ding ist ja für Deutsch. Wenn du jetzt stirbst, Digga. Ich hab seine Scheine in meinem Haus eingegangen. Ich hab ihm ein Headshot gegeben. Digga, deine Mom kann nicht an. Digga, der Mate von dem will mich snipen. Digga, er hat ne SPA, Digga. Ne SPA? Er ist tot. Ich bin Noah, ich lach darüber. Nee, Digga. Ja, siehst du doch. Wenn du deine Karte holen? Ja. Die sind schlecht. Äh, nee. Ach, Digga, dann lieb dich, Junge. Dann lässt du. Ach, wir probieren. Ja, ich bin ja auch grad auf dem Weg zu der Karte. Wenn er lässt, dann ist er selbst schuld. Und ich sag dir, wenn ich wegen ihm jetzt... Ich will jetzt nur noch die eine Chester. Äh, passt, der bleibt du in Steven und Drew weiß mich dann direkt. Wo hinten? Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Wohlst du die? Wo mein Karte ist? Wohin? Ich komm, ich komm. Beide ich. Zehn Sekunden. Mann. Okay, du kannst, ja. Ich kann nicht drauf springen! Digga. Mein Gott, Digga. Ja, Digga. Du hast extra, hä? Nein, Digga. Das war einfach schlecht, Digga. Das war rar und schlecht. Ich hatte keine Mets, wie Idiot. Digga, du hättest auch einfach einfach nicht von da gehen sollen. Von wo denn? Digga, halt einfach nichts Resse. Ohne Witz. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Da. Einfach da. Einfach da drauf. Was? Wenn ich von hier hochgelaufen wär? Nein, du hättest es hier von der, von der braunen, von der Holztreppe, du Keck. Ja, hättest es auch nicht geschafft. Junge. Das ist dann scheinbar mein Hauseingang. Okay, komm, wir machen jetzt den Win. Scheiße, wir hätten ja einen verhören sollen. Geh, ich hab beide. Digga, schreck mir ne Maxikin. Sie ist am Flecken so wie Taxikin. Hafer 10 Eis zu nem Eisberg. Och, Junge. Ich verteile Scheine an meinem Hauseingang. Der Blum war so ekelhaft. Die, bis an so Leuten die Sturm haben, die kommen zu zweit gelasert. Genau. Oder so. Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Aber der redet nicht weil er auf TikTok oder so guckt. Der ist gemütet. Hä, was ist jetzt eigentlich mit TikTok? Wirds jetzt gelöscht? Oder verkauft? Wie Musikhelly. Wie Musikhelly. Ich hatte eine Scheine an meinem Haus. Wann gibt's denn TikTok jetzt? Seit drei Jahren? Zwei Jahren? Wie lange habe ich Musikhelly gibt? Äh, gibt's erst zwei Jahre, oder? Was heißt erst, Junge? Mietigkeit liegt ich auch. Ursula Lang, glaub ich. Ich hatte eine Schöne. Sebi? Na, lustig. Ja. Lass mal gleich nochmal, einmal noch ne Runde Trio gleich versuchen. Gleich ist das jetzt besser. Sie sind halt so dumm gelandet immer. Wir müssen safe landen, damit wir die Freunde spielen sollen. Ja. Ja, aber ein Trio muss man halt am Anfang klappen. Ja. Wenn es da ist oder halt nicht. Ja. Wie sieht hier aus aus? Was ist das? Ja, ich bin ein Trioinks. Dan wird auf, Bären. Und wir erschrezen. Wir brauchen ein Trioisches Geld auch nicht. Tag läuft hier nicht. durch die Wiederkarteerminalsen bes有點 resultados. Untertitelung des ZDF, 2020